Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute habe ich mir mal ein Betriebssystem rausgesucht, welches mir von euch empfohlen wurde. Es handelt sich hierbei um ReasyOS und das möchte ich mir heute mal genauer anschauen. Bei ReasyOS handelt es sich um ein Fedora-basiertes Betriebssystem mit Gnome-Standard-Installation und einer modifizierten ZSH, also Z-Shell. ReasyOS bezeichnet sich selber als Ready for the Web, denn diese haben das Web-App-Modul von Linux Mint geforkt und bearbeitet und eben hier in ReasyOS implementiert. Des Weiteren gibt es noch ein Reasy-Welcome-Bildschirm, wo man also eine Art Ersteinrichtung und auch Reasy-Tweaks, welches wir uns nachher gleich mal anschauen. Und auch was Reasy-Skript ist, interessiert mich natürlich auch. Gut, so wo kommt ReasyOS her? So wie es aussieht aus Seattle. Stand hier irgendwo? Ja, hier ist Seattle-based OS, you can trust. Ich weiß immer nicht, ob ich Leuten oder Unternehmen vertrauen soll, die immer ganz laut rufen, dass man sie doch bitte vertrauen soll. Gut, sei es drum, hier auf Reasy.io gibt es noch einen eigenen Blog, da gibt es ein paar Artikel zu dem Betriebssystem und es gibt auch einen Shop, da kann man Geld spenden eben als monatliche Spenden oder eine Einmalspende und man kann auch ein T-Shirt erwerben mit dem Reasy-Logo drauf, in verschiedenen Variationen. So, dann gibt es hier noch ein Forum, das Reasy-Forum. Hier kann man dann höchstwahrscheinlich allerlei Fragen stellen zu dem Betriebssystem. Wenn es Probleme gibt, dann dort auch Hilfe besorgen. Ich habe da jetzt noch nicht rumgelesen, ich weiß nicht, wie da so die Stimmung ist. Und ja, unter Downloads finden wir dann die Downloads Mirrors. Empfohlen ist natürlich die Installation auf Bare Metal, also auf einer richtigen Maschine. Das werden wir jetzt gleich machen. Und ich werde das Ganze hier herunterladen und zwar direkt von sourceforge.net. Da habe ich das Ganze jetzt hier schon heruntergeladen. Hier sieht man das dann auch, die letzte Version. 2 GB ist sie groß. So, ich habe das Ganze hier aber schon geladen und das Ganze ist bereits auf meinem Ventoy Stick. Und das heißt, wir können jetzt direkt rüber auf meine Labormaschine. So, hier haben wir dann auch den Ventoy Stick und hier habe ich dann Reasy OS Live 37. Da öffnen wir das Ganze und starten das hier ganz normal. So, jetzt bin ich im Grub-Boot-Menü vom Reasy OS und gehe hier direkt auf Start Reasy OS Live. So, dann sind wir jetzt hier und können schon mal aussuchen, ob wir Reasy OS ausprobieren möchten oder direkt installieren möchten. Ich gehe direkt auf Installation. So, und so wie es aussieht, ist das hier der klassische Fedora Installer. So sieht das Ganze aus. Deutschland hat das schon erkannt, dass ich hier mich in der deutschen Zeitzone befinde oder in Deutschland befinde. So, hier hat er auch die Zeitzone Berlin schon ausgewählt und jetzt brauche ich noch ein Installationsstil. Und hier muss ich natürlich schauen, dass ich hier die richtige Festplatte auswähle. Ich nehme hier die Veno Scorb und sage, der soll die halt automatisch konfigurieren und so weiter. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie das selber alles anpassen. Also sage ich hier oben einmal Fertig. So, hier sagt er mir, dass die Festplatte zu, ja, nicht mehr genug Speicher, freien Speicher hat, weil die ist ja aktuell auch belegt. Und da sage ich Speicherplatz freigeben und sage hier ganz einfach alles löschen. Ja, hier wirklich nochmal sicher gehen, dass die richtige Festplatte ja auch ausgewählt ist. Für mich ist das in Ordnung. Ich sage einfach alles löschen und dann Speicherplatz freigeben. So, damit ist hier alles soweit erledigt. Dann können wir direkt auf Installation starten. Und das war es im Prinzip schon. Das ist im Prinzip die Installationsroutine. Wirklich ziemlich einfach und ziemlich minimalistisch. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Dann warten wir mal ab, bis die Installation fertig ist. So, die Installation ist durch. Hier hat es auch einen Theme-Wechsel gegeben. Und ja, dann starten wir das System mal neu. Einfach Installation abschließen. So, da das System nicht neu startet von selber, werde ich das jetzt hier einfach mal manuell tun. So, und hier haben wir dann auch das Grub-Boot-Menü. Und da sehen wir hier ReziOS. Darunter die Rescue, also so eine Art Rescue-Version. Und dann auch mein Debian Server wird hier gleich mit erkannt. Das ist mein Datensicherungs-Server. Wir gehen jetzt aber hier direkt auf ReziOS. So, jetzt sind wir hier in der Ersteinrichtung. Denn das, was bei der Installation noch nicht da war, war die Einrichtung eines Benutzer-Accounts. Und das, denke ich mal, wird jetzt hier durchgeführt werden. Einrichtung unterstützt man an den Einen Benutzer-Kontos. So, Einrichtung starten. So, hier können wir dann schauen, ob die Ortungsdienste und Problemberichterstattung aktiviert sein sollen. Die Problemberichterstattung lasse ich einfach aktiviert. Ortungsdienste lasse ich mal aus. Machen wir weiter. So, dann machen wir Drittanbieter-Software-Quellen aktivieren. Das ist durchaus sinnvoll, gerade für WLAN-Treiber zum Beispiel, wenn man das Ganze auf dem Laptop installiert oder auch wenn man, ja, Intel-Chips, einen Intel-Prozessor zum Beispiel hat und da Intel-Treiber benötigt. Dann sind das ebenfalls Drittanbieter-Software. So, machen wir aber weiter. So, hier kann ich mich jetzt mit einem Konto verbinden. Google, Nextcloud oder Microsoft. Das überspringe ich jetzt aber. Und dann kann ich jetzt hier meinen vollen Namen eingeben. So, so ein Typ im Internet. Der Benutzername gefällt mir zwar so auch, aber wir machen das ein bisschen kürzer. Einfach nur Typ. Und dann einmal weiter. Dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Sehr schön. Und dann können wir ReziOS einmal starten. Eine sehr, sehr schöne Ersteinrichtung, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. So, und dann haben wir jetzt hier den Rezi Welcome Screen. Dieser ist nicht lokalisiert und somit nur auf Englisch verfügbar. Und so heißt im Prinzip ReziOS The Beautiful. So heißt dann dieses Betriebssystem. So, hier haben wir willkommen. So, die ersten Schritte. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, RPM Fusion und pro peritäre Codecs zu aktivieren. Und das möchte ich auf jeden Fall auch machen. So, enable extra Drivers. Ja, das machen wir. Extra Treiber. Dann das Passwort rein. Und dann wird das Ganze hier jetzt installiert. So, und jetzt ist er auch fertig. So wie es aussieht, hat er auch einige Updates schon parallel mit durchgeführt. Das werden wir dann gleich noch sehen. So, Script run successfully. Einmal auf OK. Und dann haben wir das Ganze fertig. Und jetzt ist im Prinzip auch dieser Punkt weg. Jetzt kann ich Setup FlatHub noch machen. Dann machen wir das mal. So, ja, dann einmal weiter. Dann wieder das Passwort rein. Und das war es auch schon. Einmal fertig. Jetzt steht hier, dieses Script sieht vor, dass das Gerät nochmal neu gestartet wird. Und das machen wir gleich mal. Reboot now. OK. Ja, damit FlatHub auch funktioniert, muss das System einmal neu gestartet werden. So, jetzt sind wir hier bei einer Anmeldemaske. Einmal Passwort rein. Und dann öffne ich nochmal Rezi Welcome. So, jetzt ist im Prinzip so ziemlich alles schon durch. Jetzt Add some Themes. So, wenn ich also Themes haben möchte, gehe ich einfach auf Launch und dann komme ich hier direkt in das Forum von R-Theme, also von ReziOS und dann zum Thema R-Theme. Und hier gibt es dann ja eine Menge Themes, die man noch nachinstallieren kann. Und vor allem auch eine Erklärung, wie die Installation von Themes funktioniert. Und so wie es aussieht, geht das ziemlich einfach nachher mit dem Rezi Tweak Tool. Das schauen wir uns gleich noch an. So, dann gibt es hier als nächstes Install Apps with Gnome Software. Also Gnome Software ist hier standardgemäß ebenfalls schon vorinstalliert und was ja ganz logisch ist. Und wir schauen mal, ob FlatHub bzw. Flatpacks hier bereits aktiviert sind. Dazu kann ich hier einfach nach einem Programm suchen, wie zum Beispiel KalenLive. So, KalenLive ist auf jeden Fall verfügbar. Und hier lässt sich das Ganze über FlatHub laden. Jetzt steht hier Anwendungsdetails werden geladen. So, jetzt haben wir es nochmal. So, hier unter FlatHub. Und dann kann ich das Ganze eben entweder aus dem RPM Fusion laden oder eben als FlatHub. Flatpak. Und Flatpak ist hier standardgemäß aktiviert. Also das funktioniert wunderbar. Gut, machen wir weiter. Install Web Apps. So, damit hat RieseOS ja ein Stück weit Werbung gemacht, Web Apps zu benutzen. Und zwar haben die das Ganze quasi gemopst von Linux Mint. Und das ist auch überhaupt nicht so schlimm. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Anwendung. Es ist sehr, sehr intuitiv. Man kann im Prinzip Web Web Anwendungen direkt als, ja wie eine native Anwendung hier in das System integrieren. Zum Beispiel kann ich jetzt hier benennen, so ein Typ im Internet, wenn ich es richtig schreiben kann. So, dann gehen wir hier einfach auf so einen Typ im Internet.de. So, das Icon machen wir erstmal noch nicht. Das lassen wir erstmal so. So, die Kategorie ist, was nehmen wir? Ist Internet und der Standard Browser soll der Chromium Free World sein. Das ist auch in Ordnung. Und ein isoliertes Profil. Auch das ist in Ordnung. So, hier kann man das ganze Icon Set im Prinzip auch, wenn du ein Web-Icon hast, direkt hier auch aus Online ziehen. So, machen wir OK. So, und es funktioniert. So ein Typ im Internet. Und hier sind im Prinzip alle meine Links zu, ja, meinen Kontakt und Social Media Profile. Und hier kann man das Ganze sogar teilen. Und dann gibt es hier einen wunderschönen QR-Code, den dann einfach abfotografieren. Ja, und hier gibt es dann auch noch den Link dazu. Sehr schön. Das ist übrigens sehr, sehr neu gerade. So, genau. Also, das funktioniert. Und rein theoretisch sollte das Ganze auch zu finden sein. Ich will mal kurz schauen, ob man jetzt hier... So, ich will mal hier schnell das Bild speichern unter. Ja, das können wir unter Downloads speichern. Auch unter diesem komischen Namen. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Machen wir zu. Gehen hier auf Bearbeiten. Icon. Dann ein Symbol auswählen. Ah, hier. Durchsuchen. Ja, jetzt haben wir es. Bilder. Ne, Downloads. Das ist unter Downloads. Da ist es. Einmal öffnen. Auswählen. Auswählen. Okay. Sehr gut. So, und wenn ich dann auf hier ins Menü gehe, dann finde ich hier die Internetseite. So ein Typ im Internet. Und funktioniert natürlich. Punkt.de. Und dann gibt es jetzt hier noch zum Schluss Customize Rezy OS mit Rezy Tweaks. So, und Rezy Tweaks ist im Prinzip sowas ähnliches wie Gnome Tweaks im Prinzip. Allerdings noch ein bisschen modifiziert. Auf das Rezy OS so ein bisschen, ja, angepasst. Und das allererste ist eben das Theming mittels R Theme. Und dann kann ich jetzt hier aussuchen, ob ich das Nord Theme haben möchte oder das Rezy Theme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Nord habe, gibt es noch ein Theme Variant. Und da kann ich eben verschiedene Varianten auswählen. Hier ist nur das Main Variant verfügbar. Und es gibt das Styling einmal in Dark und einmal in Default. So, dann können wir das einmal so nehmen. So, das Gleiche noch mit den Application Themes quasi. Da können wir hier Add Weiter und Add Weiter Dark zum Beispiel nehmen. Ebenso wie das Color Theme. Und ich nehme mal an, damit wir überhaupt was sehen, müssen wir uns dann immer mal wieder ausloggen zwischendurch. Ja, aber so wie es aussieht, hat das nicht so richtig geklappt irgendwie. Obwohl er hier auf Dark umgestellt hat, lässt sich das Theme aber irgendwie doch nicht dunkel schalten. Das ist ziemlich seltsam. Ich weiß leider nicht, woran das jetzt genau liegt. Ja, dass im Prinzip hier alles, weil trotz, dass es im Dark Modus alles gestellt ist, bleibt das Ganze irgendwie hier hell. Auch der Video Player zum Beispiel hat sogar eine ganz andere Farbe nochmal als, ja, das Fenster hier hinten. Das ist irgendwie ziemlich seltsam. Ja, das scheint so richtig nicht zu funktionieren. Ich werde jetzt hier wieder auf Reasy gehen und dann auf Default. Und dann können wir hier, was weiß ich, Akzentfarbe, können wir Blau nehmen. Und das war's. Leider lässt sich da auch nicht mehr machen. Und so richtig, ja, funktionieren tut das irgendwie nicht. Aber vielleicht mache ich einfach irgendwas falsch. Das kann natürlich auch sein. Da wirst du mich jetzt auf jeden Fall mal aufklären können. Einfach unten in die Kommentare rein, was ich hier falsch gemacht habe, warum das hier bei mir nicht funktioniert. So, wir machen mal weiter. Es gibt noch das Layout. Das kann ich hier dann noch anpassen. Maus und Keyboard. Gibt es da noch ein paar Einstellungen, die man machen kann. Und was das Verhalten der Fenster betrifft. So, dann gibt es hier noch Erweiterungen. Und hier kann ich dann im Prinzip Gnome Extensions direkt noch herunterladen und zum Beispiel auch aktivieren. Wie zum Beispiel DocFromDash und so weiter. Und ja, ReasyGnome ist ja bei standardgemäß aktiviert. Und was haben wir hier noch? BackgroundLogo. Wenn ich das jetzt hier aktiviere, was passiert dann? Ah, okay, da passiert nicht allzu viel. Da wird einfach im Prinzip das Hintergrundbild gesetzt, was ohnehin schon gesetzt ist. So, dann gibt es noch das Reasy-Script. So, hier gibt es, hier kann man einige Skripte starten. Zum Beispiel kann man hier über ein Skript den Brave-Browser installieren. Oder überhaupt ein paar andere Browser, wie zum Beispiel auch Edge, Opera und Vivaldi, wenn man das dann haben möchte. Das sind sogenannte Trusted-Installer auch. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wie man Reasy-Script noch weiterverwenden kann. Mit Sicherheit kann man noch andere Skripte nutzen, um das Ganze über Reasy-Script zu realisieren. Ich kann jetzt hier einfach mal auf Install App gehen. Und dann hier eben auf Next. Und dann wird mir hier der Brave-Browser installiert, quasi über ein Skript eben. So, und damit ist der Brave-Browser jetzt installiert. Und da können wir jetzt hier direkt mal schauen. Da ist er auch schon. Funktioniert natürlich auch hervorragend. Und ja, so kann man dann hier die Browser noch installieren. Und dann gibt es hier noch Experiments. Dann gibt es noch der, hier ist der F-Sync-Nobara-Kernel, den man hier noch nachinstallieren kann. Wird aber hier scheinbar nicht empfohlen. Okay, gut. Das ist im Prinzip so ein kleines Skript-Programm. Ansonsten gibt es tatsächlich nicht allzu viel zu sehen. Es ist gar nicht so viel vorinstalliert. Ein paar Standard-Gnome-Tools sind installiert. Unter anderem ist noch Celluloid installiert. Und OnlyOffice als Office-Paket, also anstelle von LibreOffice, ist quasi OnlyOffice vorinstalliert. Das ist sehr, sehr gut. Das ist in Ordnung. So, bevor wir uns aber hier zum Ende kommen, möchte ich noch fix nochmal das Terminal öffnen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dieses System auch über das Terminal entsprechend zu bedienen. Was als erstes auffällt, ist ja dieses wunderschöne Fetch-Programm. Es ist sehr, sehr minimalistisch. Hier stehen nur die wichtigsten Sachen, was für ein Kerner installiert ist und wie viel Speicher gerade frei ist. So, das Ganze hier ist die ZSH-Shell, also die Z-Shell und ich werde das Ganze jetzt hier einfach mal ganz fix ein bisschen dunkler machen. Sehr gut. Und wie das so bei Fedora üblich ist, gibt es hier mehrere Möglichkeiten, um zum Beispiel ein System-Update durchzuführen. Das Gängigste ist dnf-update, einfach mit sudo dnf-update und dann kann ich hier das System entsprechend dann updaten. So, es sind 40 Pakete, werden neu installiert, 564 werden aktualisiert. Das machen wir mal ganz fix. So, das Update ist jetzt durch und wir machen nochmal einen Neustart. So, das System ist jetzt up-to-date und hier sehen wir, hat sich der Kerner ebenfalls aktualisiert auf die Version 6.3.5. Und das war es auch schon mit RisiOS, The Beautiful, wie es sich selber nennt. Und ja, als kurzes Fazit, es handelt sich hierbei um ein ganz reguläres Fedora, Linux ohne großartige Veränderungen. Es wurden lediglich kleinere Erweiterungen hinzugefügt, wie zum Beispiel das R-Theming und das Risi Tweak Tool. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, ist das Welcome Center, wo man im Prinzip nochmal die Möglichkeit hat, alles richtig einzurichten. Und ansonsten ist das System wirklich sehr, sehr gut für alles und jeden zu empfehlen. Egal ob Anfänger oder erfahren, es ist wirklich super, super gut zu nutzen. Was ich mich dann aber frage ist, ob es dieses Betriebssystem auch wirklich braucht. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.